Servus, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade leider eine sehr kurze Aufnahmezeit. Ich tue gerade das erste Mal auf der 47er Wiesn rundum kreiseln, weil du mit dem dritten Mal kreiseln lagst oder schon irgendwo drin. Man sieht schon, ich habe es dabei auf der 2. gelegten Wiesn noch nicht gemacht, aber auf der 49er Wiesn habe ich schon gekriegt. Und beim ersten Mal werde ich es so machen, was ich drüben einfach gemacht habe. Die erste Runde werde ich einfach so machen und die zweite Runde werde ich es schöner machen. So werde ich es machen. So, ich bin da wieder am Ende angekommen. Oder er hat gesagt, am Anfang. Und jetzt fahren wir da mal um, weil ich möchte euch noch etwas zeigen. Also da kommt wer da mal. So habe ich das immer zweimal gemacht. Also das wollte ich eh das erste Mal rechnen, jetzt ist das zweite Mal. Und zwar, da seht man es, vorher habe ich das noch nicht so schön gemacht. Und jetzt mache ich daraus eine schöne Kurve. Das ist halt wie ich eigentlich dann eine Kurve im späteren auch machen werde. Naja, das ist jetzt dann einfach nochmal grob. Das ist wirklich eine schiere Kurve und jetzt mache ich es schöner. Und die ist dann trotzdem noch gröber als wie die, was ich dann beim Eifahren machen werde. So, die Kurven lasse ich so. Und das mache ich mit den anderen Ecken auch. Aber ich würde sagen, tschüss meine Damen und Herren. пришọi dann noch grüßen. Vielen Dank. Vielen Dank.